oh geil ging die fähigkeiten ich dachte die fest würde irgendwo hier lang gehen ne fest geht nirgendwo lang ja nee irgendwo dass die irgendwo ist da habe ich das ding wo komplett zerstört können wir den können wir den 1 1 me system anbinden den haben wir brauchen ja er ist einmal so energiezellen sind drin also ich glaube mir mit meh system ist es fast einfach kann ich guck mal uran freude wie kann man uran befeinen dem was im kompressor schmeißt hatte ich sowieso für eine gute idee was passiert wenn ich das zusammendrücken ach so ist er jetzt alles unten so ungewohnt so ungewohnt ungewohnt das ist wenn er umzieht oder das ist so sein neuer einrichtungskanal wo zum teufel hätte aber doch vorne workbanksystem wo ist sie hin ich habe eine gebraucht eben müssen aber zwei gewesen sein immer eine eben was noch zwei müssen projekte hier unten im loch hat dann war die eine wahrscheinlich ist die eine wahrscheinlich auf der festplatte und die andere in der black hole ist es dann scheiße habe ich die jetzt aus der black hole chest genommen er kann ich ja nicht beim flussen doch nein doch nein weiter rechts bestellen dann hätte sie auch aus der black hole fest genommen also nein beide rausholen eine würde da rüben das hätte ich machen können das könnte ich jetzt auch noch machen aber mache ich jetzt habe ich schon eine das gerade wo es ist ja nicht mein problem bitte was necks was tell me your problems keine problems tell me why do scheiße ist so lecker du bist doch da schon ich habe aber eins zu kleckern ängste muss man bekämpfen indem man es mit sich in konfrontiert konnte konfrontieren konzentriert ja wieder vier rezepte mehr drin hinten kann was abgebaut werden gut rot steaks und das ist auch nicht so schwer 2.800 ok der ist schon zur hälfte voll die fetten slimes ohne spaß so ich hatte ja was vor das geht einfach durch ihn durch wow viel energie konjunkt man hat mir so viel zeug wir sind zu hause alter da hinten ist fast alles weg so jetzt müssen wir mal eine aufnahmepause einlegen so da sind wir wieder zurück ich mache die musik wieder das ist für vegetarier geeignet also jetzt habe ich komplett vergessen was ich machen wollte jemand von uns vegetarier negativ du wolltest ja dir was guckt euch das mal ein hier ja dir bin voll dabei guckt euch das mal ein ich bin nur keine ist das nicht geil boah geil aha surreale momente so weißt du was ich mache nix doch ich habe eine idee hier ist noch ein generator drin ich höre mich jetzt um strom versorgen ja weil die ist doch gut und zwar die generator strom versorgen generatoren ja das wollte ich ja auch machen weißt du wie die hinstellen können da wo der atomreaktor steht oder nee komm mal mit dominik was ist denn weißt du dominik ich mache dir das mal einfacher nein oh nein nein ringo doch du machst jetzt nicht nein solange da kein anderer irgendwie mit drin rumwuchtelt hä ok hä es geht los warte wir haben den mod ja nicht umsonst ja drin hä das ding ist auf dem boden deswegen kommt man immer wieder zurück bingo da hast du das gelbe voll dumm platziert jetzt warte doch mal kurz es funktioniert nicht ich hab das überhaupt nicht platziert das gelbe jetzt warte doch mal geh doch da nicht durch mein Gott was ich sag doch gar nix hä aua so jetzt soll das gehen was denn du jetzt oh Gott oh Gott Dominik der ist mir am drach gefallen leuchtet auf der ist vom dach gefallen Junge wenigstens ist das kabel in der gantz hier ist bestimmt was kaputt gegangen oder ne das ist alles da krass ach Dominik alles macht er kaputt der ist vom dach gefallen in dem moment wo ich sag ja 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 dann geh mal hoch und guck ob ausreichend leuchte ich hab mich sucht hoch ach so das ist ne leiter das heißt ne leiter ja ne eben nicht mehr da war ne leiter ja warte mal ich repariere das ach hab keine leiter vor allem spiel mit einer so am fuß rum und mit einer anderen kracht doch fick dich noch einer steht hier oben so da hin oder ne das bisschen so ja hier oben ist gut ausgeleuchtet ne ja mega oh lol war der f7 war das ne oder wir machen ja einfach mal alles mit diesen solarpaneln voll denn es kann nix mehr das punkt ist aber auch was drauf ja aber da wird nichts angezeigt ja dann ist man es auch nicht drauf ich dachte ich spore und so Dominik jetzt reparierst du das ne der hat bessere aufgaben aber auch für dich ja die wären welche ist das denn hier in general ja mit welchen materialien ich baue gerade was du im boden findest dann ist doch mal ich bin da voll dabei ja so ja und find was hilf mir wenn du nix findest du hilf mir ich muss hier reparieren und fighten fighten wir sterben ich habe doch ich bin ich habe doch noch gar nichts gemacht doch kaputt nach ständen in den nasse wunderein hatten die ganze wasser die offene und dann macht man salz rein achso achso bist du schon mit salz verfeinern das hört sich jetzt ein bisschen kannibalisch an wo suchst du eigentlich wo bist du hä bist du in der das war ne frage warum hä ich bin in der mine ja in der misscraft welt oder was ja klar ups in meiner welt niemand kann mir entkommen ich glaube hier ist die ärzte ich dir ein bisschen geringer das ist ja doof wenn du gefühlt hat ja manchmal gute und schlechte teile ich habe dann richtig schlecht mehr voran gefunden hauptsache was juhu schon wieder nicola auch ich habe gold aber jetzt hast du schon die leite das hast auch schon zugemacht ich habe alles gemacht ich mache alles hau 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 Ging das ne, Mojo Remake so weiter? Sag mal, mit diesen Kristallen von Mistcraft kann man ja diese Portale machen, ne? Mhm, ja. Geht hier schon. Ja, ja. Wenn man dann irgendwann mal angeht. Mhm, mhm. Hey, ging das ne, dass man in den zweiten Slot hier auch was reinpacken konnte und dann wird es gleich gemischt? Ja, das geht auch. Ja, geht aber ne. Doch, das geht. Ne, geht halt ne. Ja, hast du, da sind so ein paar Sachen, die nicht gehen. Ja, doch. Silber und Gold geht. Das brauchen wir ja sogar. Shit. Hm? Unable to communicate with controller. Ja, ich brauche. Dann ist der Strom leer. Ne. Oder, ah, einfach getrennt. Danke. Das ist doch scheiße alles hier. Geht immer noch ne. Habe ich immer noch ein paar. Hä, das ist scheiße hier. Hä, warum kann man da nix rein tun? Weil es nicht geht, wenn kein Ding ist da. Mama, das System ist aber an. Ja, aber er hat doch keine Verbindung, da kann er ja auch nix rein machen. Wozu hat er keine Verbindung? Zum Controller, der Controller hat so nix. Ja doch, er kann ja, er kann da drauf zugreifen, sogar aufs Name. Ja, jetzt nicht mehr, ne. Nein, geht nicht. Aber gerade ging es, da konnte er auch nix andere machen. In dem machen. Kein Ernst. Ähm. Dominik. Kannst du mir wenigstens die Pipe hier wieder herstellen? Ich komm da sonst nicht durch, du. Natürlich. Ich komm doch da nicht, ja. Ach so, jetzt. Oh, Alter, mach doch nicht so'n Stress, ey. Mach doch da, ich komm aber da nicht ran. Wo willst du denn ran? An den Singen. Was für ein Ding, das hier, hier, da. Ja, das ist doch nicht mein Problem, wenn du nicht da ran kommst. Setz doch einfach die Golden Pipe hier wieder ran. Ja, kann ich nicht. Warum denn nicht? Weil ich die jetzt grad nicht kann. Und lass mich doch mal eine Sache nach der anderen machen, ey. Ey. Panik. Soll ich zaubern, Alter? Mach den Scheiß selber. Und den Zauber. Und den Zauber. Ja, Martin, ist der Killer Magic? Wir müssen halt jetzt hier weg. So. Ähm. Seit wann leuchtend wackeln so tief in so'n Gang rein? Weiß nicht. Dafür brauchte man ja... Ach komm. Man kann sogar Sextief eingraben. Was natürlich die Spitzhacke ist im Arsch. Der 60er. Hier ist deriv. So intuitive. God. Arsch auf. physical awarded. humanos. � flexisch. Mannschaft. Mannschaft. avoiroridaat auch dasselbe. Mannschaft. in name单. Mannschaft war. kann man kann man das pulverisieren kann man das kann man das multiplizieren ja in der welt bist du hier oder was es gibt nur eine also nur 235 es gibt nur die wenn du willst kannst du oben noch einmal abgraben